Der Gasometer Oberhausen ist ein Industriedenkmal in Oberhausen und die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas. Er gehört zu den Panoramen und Landmarken sowie den Ankerpunkten der Route der Industriekultur und ist auch in die europäischen Route der Industriekultur eingebunden. Der Gasometer liegt in der Neuen Mitte unmittelbar am Rhein-Herne-Kanal. Mit einem Speichervolumen von 347.000 Kubikmeter, 117 Metern Höhe und knapp 68 Metern Durchmesser war er bis 1988 Europas größter Scheibengasbehälter. Geschichte Der Gasometer wurde zwischen 1927 und 1929 als Scheibengasbehälter in Mannbauweise vom Mannwerk Gustavsburg errichtet. Er speicherte zunächst das Gichtgas, ein Abfallprodukt der umliegenden Hochöfen der Gute-Hoffnungshütte, das anschließend in den Walzwerken wieder verfeuert wurde. Später wurde das energetisch höherwertige Kokerei-Gas aus der Kokerei der Zeche Osterfeld zwischengespeichert. Die sogenannte Gasdruckscheibe schwarm von zusätzlichen Betongewichten beschwert auf dem Gas. So konnte sie je nach vorhandener Gasmenge die Wände des Gasometers entlang auf- und abgleiten und hielt den Gasdruck konstant. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Gasometer bei Bombenangriffen schwer beschädigt und 1945 stillgelegt. Bei Reparaturarbeiten 1946 geriet er in Brand und musste bis auf das Fundament abgebaut werden. Beim Wiederaufbau, der bis 1949 dauerte, konnten verschiedene Konstruktionselemente, unter anderem das Dach, weiterverwendet werden. Der Gasometer war bis 1988 in Betrieb. Nach der Stilllegung sollte er zunächst abgerissen werden. Die beantragte Genehmigung dafür war bereits unterschriftsreif, allerdings zögerte die Eigentümer in Ruhrkohle AG wegen der Kosten von ca. 1,5 Millionen DM ihrerseits, die Abrisspläne tatsächlich zu forcieren. Währenddessen waren andere Nutzungen im Gespräch, U.A. als rot-weiße Coca-Cola-Dose, durch die damals in Essen ansässige Coca-Cola GmbH. Denkmalschützer setzten sich für einen Erhalt des Gebäudes ein. Der Leiter der internationalen Bauausstellung im Scherpark, Karl Ganser, drohte für den Fall eines Abrisses mit seinem Rücktritt. 1992 entschied der Oberhausener Stadtrat, das Gebäude zu kaufen, um es für Ausstellungszwecke zu nutzen und in das Gelände der geplanten neuen Mitte zu integrieren. 1993, 94 wurde der Gasometer im Rahmen der IBA im Scherpark für 16 Millionen DM zu Europas höchster Ausstellungshalle umgebaut. Dabei wurde die Gasdruckscheibe auf einer Höhe von 4,20 Metern am Zylindermantel sowie durch Zwischenstützen fixiert. Sie dient nun als zweite Ebene der Ausstellungsfläche, auf der eine Tribüne für 500 Besucher installiert wurde. Außerdem wurden vier Außentreppen errichtet, drei bis zur oberen Ausstellungsebene auf plus 1,2. 0 Meter Höhe sowie eine vierte mit 38 Läufen bis zum Dach des Gasometers in den Treppenturm ist ein Aufzug integriert. Mit einer Höhe von 115 Metern und Grundrissabmessungen von 6,0 Meter mal 8,5 Meter ist es weltweit eine der größten Industrietreppen. Das Gasometer-Dach ist Besichtigungsplattform und zu Fuß. Per Außenaufzug oder Panoramaaufzug mit Werklasterkabine innerhalb des Gasbehälters zu erreichen. Es bietet einen Rundblick über die Stadt Oberhausen und das westliche Ruhrgebiet. Bilder. Punkt. 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 Ausstellungen. Seit 1994 haben Ausstellungen zu Themen wie 200 Jahre Ruhrgebiet, 100 Jahre Deutscher Fußballbund oder Sternstunde mit dem größten Mond auf Erden, mehr als 4 Millionen Besucher in den Gasometer Oberhausen. Gelockt. Damit gehört der Gasometer Oberhausen heute zu einem der bedeutendsten Ankerpunkte der Route der Industriekultur. Die Ausstellung Sternstunden – Wunder des Sonnensystems war 2010 die erfolgreichste Ausstellung im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt. Ruhr. 2011-2012 Dill stellte die Sonderausstellung Magische Orte – Bedeutende Natur- und Kulturdenkmäler der Erde vor. Christo füllte vom 16. März bis 30. Dezember 2013 den Gasometer Oberhausen mit der Installation Big Air Package. Nach der Abschlussinstallation The Wall für die internationale Bauausstellung im Schaapark war es sein zweites Kunstwerk im Gasometer. Das Big Air Package Project for Gasometer Oberhausen – Germany wurde im Jahre 2010 von Christo konzipiert. Die künstlerische Installation im Inneren der höchsten Ausstellungshalle Europas wurde aus 20.350 Quadratmetern lichtdurchlässigem Gewebe und 4.500 Metern Seil gefertigt. Im aufgeblasenen Zustand erreichte die über 5 Tonnen schwere Installation eine Höhe von 90 Metern, einen Durchmesser von 50 Metern und ein Volumen von 177.000 Kubikmetern. Damit stellte die Stoffhülle zeitweilig die größte freitragende Installation der Welt dar. Im begehbaren Inneren des Big Air Package bot der Künstler ein einzigartiges Erlebnis von Raum, Größe und Licht. Parallel zur Ausstellung im Gasometer wurde in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen eine Auswahl von sieben originalen Entwurfszeichnungen von Christos Big Air Package gezeigt, die die Zeit von der Idee im Jahr 2010 bis zur Realisierung im Jahr 2013 abdeckte. Kurator, Fotograf und Projektleiter war Wolfgang Wolz. Ausstellungskataloge Peter Pachnicke Wolfgang Wolz Magische Orte Natur- und Kulturmomente der Welt Klartext Verlag Essen 2011 ISBN 97838375-05160 Gasometer Oberhausen GmbH Christo Big Air Package Klartext Verlag Essen 2013 ISBN 97838375-0850-5 Theater Oberhausen Der Gasometer wurde vom Theater Oberhausen als Außenprojekt bespielt. Dezember 1995 Januar 1996 Endspiel von Samuel Beckett, Regieintendant Klaus Weise 1998 Der Sturm von William Shakespeare, Regieintendant Klaus Weise Januar 2006 Pazivil von Tankred Dost und Ursula Iller, Regieintendant Johannes Lepper Juni 2007 Per Günd von Henrik Ibsen, Regieintendant Johannes Lepper Oktober, November 2007 Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit Nach Dantons Tod von Georg Büchner und Orchesterprobe von Federico Fellini, Regieintendant Johannes Lepper September 2010 Hip-Hop-Theaterprojekt Peterchens Mondfahrt Moonriding Peter von Gerd von Bassewitz Regie und Adaption Intendant Peter Kapp Juni, Juli 2011 Der Traumzauberbaum nach den Geschichtenliedern von Reinhard Lakomi und Monika Erhard Regie und Adaption Christian Kwietschke Verkehrsanbindung Der Gasometer wird durch die Haltestelle Neue Mitte Oberhausen an der ÖPNV-Trasse erschlossen. Trivia In einem deutlich kleineren Oberhausen, nämlich einem Stadtteil der süddeutschen Großstadt Augsburg, befindet sich im dortigen historischen Gaswerk ebenfalls ein Scheibengasbehälter in Mannbauweise. Er wurde 1954 fertiggestellt und 2001 stillgelegt. Mit einer Höhe von 84 Meter und einem Durchmesser von 45 Meter bei einem Speichervolumen von 100.000 Kubikmeter ist er deutlich kleiner als sein Ponder in der Stadt Oberhausen, jedoch einer der wenigen in Süddeutschland erhaltenen und begehbaren Gasbehälter. In dem dem das von Golfhausen von 45 Meter über 41 Meter wurde über 21 Meter geboren. Vielen Dank.